Ist nicht schlecht, ich habe es sogar schon kurz vergessen. Und? Wie geht's denn? Oh, ja! Aber nicht schlecht, ich bin müde. Und? Ich habe dich schon zwei, drei Werte zu reden. Man sieht es, wir sind ein bisschen spät. Dann ab da weg, ich habe mich schon gewöhnt. Ich muss mit dir reden. Das ist ein richtiges Gespräch. Dein Whisky? Whisky? Uhuh! Nicht einmal für mich! Kaffee? Ha? Kaffee? Nee, kein Kaffee für mich! Äh... Ach, was ist die Frau Presse? Ach, was ist die Frau Presse? Nee, kein Frau Presse! Na, 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 na! Ach, ich glaube, Geiselmilch, ja, ja, ja! Geiselmilch, das trink ich der, ja, ja! Nicht, mir ist kein Wort, oder? Na, 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 na! Milo, wer steht vor Matinen? Hä? Was würdest du denn? Ja, wir sagen, wir stehen vor Matinen, wir haben nicht gesehen! Nein! Milo, Milo! A Tilen ist ja so eine Art Scheiterweg, verstehst du? Milo, Milo! Milo, Milo! Das sind so eine Art Scheiterweg. Wie man hier im Krecke gestreht, und dann, und dann, um das zu tun, oder. Einen oder andere. Das ist ein Wetter. Ja, wie sieht der ist die Zweime? Milo, Gsuivlik! Ich habe ihn gehofft, ich habe ihn schon abgeholt. Ach, sicher wieder, ich werde auch sicher. Ja, mit einer kleinen Massage riecht ich die Schuhe hin. Gucken Sie doch einmal, Herr Stofflerau, hopp! Ein! Fui! Wie man noch so was findet, Herr Stofflerau? Ja, du hast ihn schon so dästlich in die Schiebe geholt, oder? Ja, was war er denn da? Also bin ich mit 70er-Gewelder, aber die waren nicht so. Ich habe da nichts getan, ich wollte einen schönen Cent. Einen Lust, Betti! Ich will ihn da! Obwohl ich wache hier weg, muss ich wegen der Hand doch noch mit dem Monat bezahlen haben. Wie viel? 480 Euro. Milo! Ich brauche einen Schuss. Und! Und bald, das Untergrund. Wie würde ich den Zertifikärmeil jetzt mit meiner Frau, der Milo? Zertifikär! Ich brüche doch jetzt kein Certificat mehr. Ich bekomme doch jetzt 40. Ah, ja, wir haben keine Probleme. Ich schlafe sehr wohl. Wozu mehr zu kommen am Weekend? Gern Sie, Monsieur? Merci. Merci, Monsieur. Aber wir werden uns ja sowieso. Ah, ja, sehr gerne, sehr.